Herzlich willkommen von der Expo Real. Bei uns ist Thorsten Holstein und Claudius Mayer, beides Geschäftsführer der CR Investment Management. Herr Holstein, Herr Mayer, Sie beraten je nach Situation unterschiedliche Stakeholder in Distressed Immobiliensituationen, was zum Workout oder abgestimmten Verkauf führen kann. Aktuell zum Beispiel das Portfolio der Alpha Real Estate. Scheitern denn aktuell Anschlussfinanzierungen auch daran, dass die Akteure das oft erst aussitzen möchten oder erst dann aktiv werden, wenn es zu spät ist? Also sprechen ist unter zivilisierten Leuten immer und unter Geschäftspartnern gut. Deshalb sollte man frühzeitig sprechen. Daran scheitert es aber nicht, sondern scheitern tut es an den tatsächlichen Gegebenheiten der Situation, in der jeder der Beteiligten seine Position auch zu vertreten hat wirtschaftlich. Von daher raten wir zum Sprechen, aber gleichzeitig ist damit nicht sichergestellt, dass auch eine Lösung gefunden wird. Sie sind ja schon recht lange aktiv und haben auch die letzte Finanzkrise mitgemacht. Was ist denn aus Ihrer Sicht der große Unterschied oder die Unterschiede zur letzten Finanzkrise? Der große Unterschied ist, dass wir jetzt nicht nur ein Finanzierungs- und ein Marktwertthema haben, sondern auch ein Cashflow-Thema. Das heißt, die Mieteinnahmen oder die Verkaufseinnahmen sind sehr, sehr anders und führen zu ganz anderen Arten von Krisen und damit auch zu anderen Lösungsansätzen, die notwendig wären. Und als wesentlicher weiterer Unterschied, damals hat man mit Verbriefungen, mit sehr großen Finanzierungen, mit wenigen Beteiligten gesprochen. Heute sind die Finanzierungssituationen sehr heterogen und die Anzahl von Finanzierungspartnern, mit denen eine Abstimmung zu erfolgen hat, ist deutlich komplexer und damit auch langwieriger. Wie sehen Sie denn die Entwicklung für 2025? Ist ein Ende der Distressed Asset-Welle in Sicht oder eher das Gegenteil und sie wird größer? Also ich habe ja schon mal an anderer Stelle bemüht, dass dem Vergleich zwischen hawaiianischen Wellen, was ich eher für die Probleme und Problemlösungen aus der Finanzkrise bezeichnet habe, und kleinen, heimtückischen, schnellen Nordsee-Wellen, die erwarten ja weiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im nächsten Jahr, wenn sich auch manche Marktparameter normalisieren, es immer weiter aus ungewohnter Ecke Einschläge geben wird und Probleme geben wird. Das Thema Probleme wird es die nächsten Jahre weiter begleiten. Und wir werden sehen, um das Thema Welle wieder aufzugreifen, die Projektentwicklungen haben begonnen, dann hatten wir Themen im Bereich Wohnungen, Wohnungsprivatisierung wie Alpha. Wir erwarten relativ viele Distress-Situationen im Bereich Büroimmobilien und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Herr Holstein, Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.